Vier, drei, zwei, eins, neun... Fantastisches Bild, fantastische Musik, fantastisches Publikum, das nur noch mehr, der Blutermeister applaudiert und nicht mehr, sondern alle hier, bei diesem fantastischen Bild, ein bunter Link vom Sitsi-Gesburg-Stadion. Euren Applaus, eure Musik, viel Spaß, wir warten auf heute auf fünf Kilometer, dann geht es auf die zweite Runde. Ist es heute Teilnehmer-Rekord-Fragezeichen? Auf jeden Fall, na, alle dann. Und es ist nicht so, dass die Uhr aus der Region kommt, von weit, weit her, wir haben es schon gehört, auch von Juppertal, aus Niedersachsen sind sie angereist. Rudolf Heuser, ein Mann, der M80 spielt auf seiner Reise, sensationell, super. Rudolf Heuser, ein Mann, der M80 spielt auf der Region, der M80 spielt auf der Region, die M80 spielt auf der Region. Rudolf Heuser, ein Mann, der M80 spielt auf der Region, die M80 spielt auf der Region, die M80 spielt auf der Region, die M80 spielt auf der Region.